ja das ist der samstag nach dem karfreitag also ostern und wie man sehen kann also das ist die erste nacht die das auto im garten gestanden hat und wie man sehen kann sind da schöne fußspuren von ich würde mal tippen unserem mader ja das tier ist offensichtlich hier vorne auf die motorhaube gesprungen also zumindest die spuren so dann hier auf die motorhaube die scheibe auf dem kompletten dach lang irgendwie darüber und hier ja wieder runter sich so gedreht also von hier gekommen und offensichtlich dann nach da gewandert nicht schön ich habe dann gleich mal ein foto gemacht und habe es an meine versicherungstrulle geschickt und dann werden wir vermutlich jetzt doch den wächter modus übernacht einschalten